Herzlich willkommen liebe Zuschauer, mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und ich habe heute zwei Münzen vorbereitet, nämlich von der australischen Perth Mint, den Lunar Han aus der Lunar Serie und den Koala aus der Koala Serie und die werden wir uns jetzt gemeinsam miteinander ansehen und auch vielleicht mal ein bisschen vergleichen. So meine Damen und Herren, dann sehen Sie hier im Vordergrund einmal den Lunar Han aus dem Jahr 2017 und den einunsten Koala aus dem Jahr 2016. Warum haben wir hier noch nicht die 2017er Variante? Ganz einfach, der Ausgabeplan der Perth Mint sagt, dass diese Münzen immer erst Anfang bis Ende Januar erscheinen, hängt ein bisschen davon ab, wie schnell die Kängurus von der Perth Mint produziert werden, weil die mittlerweile einfach an Stellenwert gewonnen haben und die Nachfrage weltweit erst bedient werden muss, bevor die Koalas rauskommen. Und was wir hier machen möchten, ist einfach mal ein Faktenvergleich zwischen der einen Unse und vom Han und von der Lunar Serie allgemein und von dem Koala. Die Lunar Serie hat nämlich einen Durchmesser von 45,6 Millimetern. Die Feinheit liegt hier bei 999,9 und hier bei 999, ja. Das heißt, der hat noch ein Neuner mehr. Feinsilber wird jetzt beim Verkauf keine große Rolle spielen, das ist nicht das ausschlaggebende Argument. Es ist trotzdem so, dass hier eben ein höherer Feinsilbergehalt erzielt wurde. Also die Münze ist größer, hat einen höheren Feinsilbergehalt. Wie sieht es preislich aus? Der Koala liegt aktuell, das ist Ende Dezember, bei 21,30 Euro und die Lunar Serie liegt bei 23,50 Euro. Also wir haben hier knapp eine Differenz von 4 mal darum 2 Euro. Es schwankt immer ein bisschen je nach Angebot und Verfügbarkeit. Vom Motiv her ist es schwierig zu sagen, was einem besser gefällt. Ich denke, die Koalas sind doch ganz süß und der Hahn ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das beliebteste Tiermotiv. Allerdings sind die Münzen so schön gemacht, auch mit den süßen Küken im Vordergrund, dass es eigentlich schwerfällt, sich hier rein aus der Motivgeschichte für eine dieser Münzen zu entscheiden. Auf der Rückseite sehen wir bei beiden Münzen die Queen. Deswegen drehe ich jetzt einfach mal die Münze um. So. Und ja, was man schon ganz klar sehen kann, ist eben, dass hier weniger polierte Fläche als auf dem Koala zu sehen ist. Der Nennwert der Münzen ist jeweils ein australischer Dollar. Die Münzen werden beide gekapselt geliefert und schön ist, deswegen sehen Sie auch hier im Hintergrund die Rolle, das sind beide in 20er-Rollen verpackt und wenn Sie eine 100er-Einheit bestellen, bekommen Sie das sogar noch in einer schönen Kartonage dazu geliefert. Damit wir uns jetzt nicht allzu lang das Oberhaupt des Commonwealth ansehen müssen, drehen wir die Münzen wieder um und werden mal ein bisschen auf die Zahlen eingehen. Grundsätzlich, diese Münze hier, also der Hahn, wird jährlich, genau wie alle anderen Lunamotive, 300.000 Mal produziert, ist ruckzuck ausverkauft. Es gibt Sammler, die warten schon das ganze Jahr auf Anfang, Ende September, wenn diese Münze immer ausgegeben wird. Und dann sind diese Münzen auch binnen, ich würde es mal sagen, Viertel oder einem halben Jahr bei der Perth mit ausverkauft, bis dann die Hersteller ausverkauft sind oder die Lieferanten ausverkauft sind, wie wir als Händler. Dauert es dann doch nochmal meistens 5-6 Monate, sodass Sie immer ein Jahr an die Münzen rankommen, ohne große Wertsteigerungen und dann ziehen diese Münzen doch deutlich im Wert an. Wenn man sich mal anschaut, dass es alte Jahrgänge gibt wie den Drachen, die teilweise 50 oder 60 Euro kosten, je nach Anbieter. Wenn man Glück hat, bekommt man auch nochmal so eine Münze für 35 bis 40 Euro, aber bei den wenigsten Händlern wird diese Münze unter 50 Euro zu erhalten sein. Und bei den Koalas ist es eben nicht ganz so stark, was die Wertsteigerung angeht, weil die Koalas zwar auch die Motive jährlich wechseln, genau wie der Hahn, aber der Koala eben nicht diese klare Limitierung hat wie der Luna Hahn. Wenn man sich mal die konkreten Zahlen anschaut beim Koala, wird einem aber schnell klar, dass es Jahrgänge gibt, die vom Koala doch interessant sind. Unter anderem ist es so, dass der Koala seit 2007 produziert wird und im ersten Jahr als Stempelglanzmünze eine Auflage hatte von 137.000 Münzen. Also weniger als die Luna-Serie. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass hier schon Wertsteigerungen im ersten Jahrgang da sind. Über die Jahre hinweg stieg dann beim Koala die Auflage etwas an. 2008 war sie noch sehr gering mit 84.000. In der Stempelglanzvariante 2009 war sie dann schon bei 336.000. Also da war dann quasi der Punkt erreicht, als quasi die Luna-Serie seltener war als der Koala. Und im Prinzip hatten wir nur noch einen Jahrgang und zwar war das 2010 der Fall, als die Auflage einmal bei 230.000 lag. Und 2011 im Hochjahr, als dann die Preise auch weiter gestiegen sind und gestiegen sind, hatten wir 900.000 Stück davon. Also Sie sehen, es kommt ein bisschen auf den Jahrgang an. Und wenn man einen Jahrgang hat, wo Silber nicht so stark gefragt ist, wie jetzt vielleicht im Jahr 2016, könnte es eine interessante Alternative zu der Luna-Serie sein. Denn wenn sie seltener sind, wird sich der Preis auch besser entwickeln. Was meine ich mit einer Preisentwicklung? Wenn wir uns mal am Markt die 2007er Münze vom Koala ansehen, dann wird der aktuell gehandelt zu 78 Euro. Da sind wir deutlich drüber, über der ersten Ausgabe der Luna-Serie, aus der zweiten Luna-Serie, um das konkret zu sagen. Und deswegen haben Sie jetzt etwas die Vorteile und die Nachteile der beiden Münzen gesehen. Die ist etwas kleiner, die ist etwas größer. Die ist klar auf 300.000 limitiert. Hier hat man dann immer so den Effekt, dass man abwarten muss, wie viele im Jahr produziert wurden. Der Koala, den gehabt es auch immer noch in der 10-Unzen-Stückelung. Das haben sie dann im Jahr 2016 abgeschafft, einfach wegen der Vielfalt, die die Perth Mint bietet. Jetzt gibt es nur noch die Unze und die Kille-Stückelung. Und ja, ab Ende Januar werden Sie die Münze dann auch bei uns im Shop erhalten können. Die Luna-Serie verkaufen wir schon seit September. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen die Vergleiche zwischen den beiden Münzen etwas näher gelegt haben, welches der Motive Ihr Favorit wird. Also wir lieben Sie beide, deswegen fällt uns die Entscheidung schwierig. Nichtsdestotrotz ist die Luna-Serie aufgrund der Bekanntheit für uns ein kleiner Schritt vor dem Koala. Ansonsten bis zum nächsten Video und auf Wiedersehen. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen das Video zugesagt hat. Dann lassen Sie uns gerne einen Daumen hoch hier. Vielleicht schreiben Sie auch Anregungen, Ideen, Kommentare, Dinge, die wir nicht erwähnt haben, hier unten rein. Die Community kann davon nur lernen und wir freuen uns auch immer darüber. Wenn Sie Fragen zu den Produkten haben, vielleicht in eines der Produkte investieren möchten, dürfen Sie mich Dominik Kettner oder auch meinen Vater Jürgen Kettner sehr gerne anrufen. Sie erreichen uns unter der eingeblendeten Hotline. Bis zum nächsten Video, auf Wiedersehen.